So, willkommen wohl zur kürzesten Folge Snakewood. Ich weiß nicht, wie lange wir noch brauchen. Wir werden hier noch ein paar Gegner besiegen und dann war Ende. Weil ich hab irgendwie noch Lust, nach Baumhausen City zu kommen und deswegen tippt mir erst mal die Hexe hier. Diese Hexe! Sieht lecker aus! Sie schmeckt nach Sand. Ah! Okay. Ich glaub, ich sollte ihn nicht zum Angriff kommen lassen. Was setzt er denn die ganze Zeit da ein? Er setzt da irgendeine ganz komische Attacke ein, wo er dann flackert. Warum auch immer. Irgendein Bug? Valdon! Okay. Cool, die auch mal wieder hier zu sehen. So ganz normale Pokémon, die man mit einer Kampfattacke töten kann. Oder auch nicht. Heilung. Warum fang ich den überhaupt? So, und Marowak. Also Knogger für euch. Heilung. Heilung. Nee, oh, keine Heilung. Wow. Und Level 49! Yay! Ein Level up! So, die Sandhexe. Äh, ja, sie wurde, ähm... Sie wurde in Brot? Was? Sie wurde zu Brot. Ende. Wer sag ich dazu nicht. Mal kurz die Bären hier mitnehmen. Ich hoffe, die wir auch auf jeden Fall haben. So, und dann den Professor hier. Ich glaub, der will nur reden, ne? Dr. Black from. Oh, hallo, Cheritsu. Ähm, ich habe oft... Was? I've been waiting for you? Äh, ob ich auf dich gewartet habe? Äh, ich habe oft nicht gewartet. Wieso? Äh, ich habe etwas für dich. Diese Astralands, äh... Wären dir, ähm... Helfen auf deiner Reise. Äh, es kann mehr als Magie. Astralands! Was auch immer es ist. Äh... Und ich brauche es, weil... Weil du hier bei... Umhexen bist. Glaub mir. Du willst es bald brauchen. Goodbye. Goodbye. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken? Alter, ich habe mich noch nie so in Pokémon erschrocken jetzt gerade. In so einem gammeligen Heck, meine ich jetzt. Boah, auf einmal kommt da so ein Ding angeflogen. Boah. Was soll es denn jetzt gewesen sein? Ähm... The witch brandished a needle at you. Don't touch it. Ja. Hat auch voll was gebracht. Oha. So. Äh... The witch looks kind of a familiar. Wasn't she at your presence? Chris Sainin? Was auch immer. Was haben wir denn jetzt überhaupt bekommen? Ähm... A special camera lens that lets you see through magic. Was? Hä? Ich kann Magie jetzt sehen? Ich kann Magie sehen. Ich kann Magie sehen. Wollt ihr mich verarschen? Man reicht nicht ein Baum. Und dann ist hier nichts. Ich wollte gerade sagen, weh, da ist jetzt nichts. Oh Gott. Zwei Bäume, ich meine immerhin. So. Es ist eine Engelhexe. Sie ist eine Engelhexe. Du bist eine Engelhexe. Äh... Oh, warte. Warte, das war ein bisschen seltsam. So. Ups. Das war nicht klug. So, ich wollte halt... Komm ich zum Angriff. Danke. Danke. Komm, lass mich mal angreifen, bitte. Danke. So. Warte mal. Oh. Können wir ganz schnell enden? Ja, können wir auch. Gut. Sie ist eine Engelhexe. Warum bringst du weg? Ja, weil du nervst. Du schon wieder. Leck mich. Alter, was ist mit euch passiert? Ihr werdet immer mächtiger. Ich bin überrascht. Aua. Oh je. Oh je. Oh je. Das kann gefährlich enden. Äh. So. Alter, das kann ich gefährlich enden. Wir müssen unbedingt, äh, Pokémon heilen. So. Zwar irgendwie. Aber, ich hab grad gutes Gefühl dabei. Ich habe grad ein gutes Gefühl. Vorhin ist es ein Drache, ne? Das ist... Da müssen wir drauf achten. So. Das war's. Roma kriegt sogar noch ein Level ab. Oh. Schon wieder das Level, was ihr vor ein paar Parts gesagt habt. Äh. Great. Du bist eine Million Mal besser als letztens. Blablabla. Nein, wir geben dir kein Interview. So. Irgendwas Unsichtbares ist im Weg. Ah, okay. Nein! Ich will nicht kämpfen! Oh je. Oh je. Ich habe kein... Ich bin tot. Ich habe doch verloren. Gegen Unsichtbares habe ich doch keine Chance. Was müssen wir machen? Wir müssen irgendwas machen, womit wir eine Chance haben. Oh je. Oh, danke. Äh. Okay. In der Hoffnung, dass wir jetzt damit irgendwas machen können. Bis. Scheiß! Das bringt nichts. Letzte Chance. Ich heile mich mal kurz. So. Und dann setze ich ein Elixier ein, um halt, ähm, meinen Kopfstoß auf den zu machen. So. Unsere letzte Hoffnung. Hat geklappt. Luner Stein. Das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Nein! 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 Ich muss den ganzen Weg nochmal gehen. Öööö Ornnööö Wiederhole, es wird der kürzeste Part, den ihr ewig gesehen habt Och je, ey Leute Leute, 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 Leute Was habe ich nur getan? Ich habe verloren Und jetzt müsste ich den ganzen Weg Ich habe weiter übersehen. Egal Jetzt müsste ich den hässlichen ganzen Weg nochmal zurückgehen Oh, das war doch ewig weit Das war doch... Das war doch Jahrhunderte entfernt. Och, WTF, ey. Warte mal, hier sind wir jetzt schon. Oh, vielleicht mit etwas Glück. Da war übrigens wieder der Bug. Gehen wir doch hier voran. Das Haus ist frei. Hallo, alter Mann. Ich bin der Collector. Einst war ich der Collector von Sammeln. Nein. Und nun nicht mehr. Warte, ich habe eine neue Mission. Okay. Ich muss gerade selber überlegen, was das heißt. Ja, 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 klar. 50 Herzen sammeln und dann bringe ich sie zurück. Von wegen. Bestimmt schon 500 übersehen. Jetzt müsste ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ist euch denn klar, was das heißt? Alter. Die ganzen Leute sind weg, ne? Ist euch mal aufgefallen. So. Oh. Oh, jetzt kommt noch ein Kämpf. Alter, ist das ein weiter Weg. Auch wenn der Weg weit ist, ne? Aber mit der Speed-Taste ist das echt kein Problem mehr. Wenn wir nochmal aufhören würden, die ganzen Pokémon zu kommen. Und jetzt wird mir hier zugespammt. Dabei will ich nicht verarschen. So. Oh, wir sind fast wieder da. Ja, wir sind fast wieder da. Yay. Unsichtbare Schlampe im Weg. So, eins besiegt. Nein. Es ist kein Upper Cut. Das Ding tötet mich instant. Das ist echt unglaublich. So, das war's. Elendes Viech, ey. Danke. So, sie scheint tot. Hoffen wir mal. Du stinkst nach verrottetem Fleisch. Du musst, ähm, sehr stark sein, um hier rüber zu kommen. Durch all die Zombies. Warum hat eigentlich eine unsichtbare Hexe euer Revier, äh, blockiert? Ich weiß es nicht. Da ist die Arena. 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 Äh, hast du irgendwas gehört? Nein, aber wir sollten nachgucken, ähm... Where our cities can't ask her when she's angry. Ein Kind. Hey, weg hier. Der... Das, ähm... Das, ähm... Die Arena ist nicht sicher. Where our city told us to ward... Wir sollten... Äh, jemand sagt uns, dass wir alle wegschicken sollen. Okay. Ich denke mal... Jetzt, wo ich klug bin, Wir müssen ins Institut. Hä? Was ist das? Ach, das Pocophone. Professor? Hey! Lang nicht gehört. Wo bist du? In Baumhausen City. Die Zombies, äh... Werden stärker. Äh... Aber ich glaube, dass ich, ähm... Etwas extra Stärke trotzdem vom Arena-Leiter bekommen würde. Baumhausen City? Wow, wie cool. Ähm, oh, was auch mal Coincidence heißt. Äh... Ich bin verbunden mit, ähm... Einem Anruf im PC von Baumhausen City. Es war, ähm... Er kam von der Universität. Was? Oh, ja? Ja! Äh... Ich hab gehört, ähm, da gab's eine Art von Hexen-Problem. Oh, ja, das gab's. Was? Das war richtig, ähm... Unakzeptabel! Ich mag Missionen geben, aber hey. Da ist, ähm, etwas... Da ist noch etwas. Ich möchte, dass du gerne mal nachschaust, was in der Universität da los ist. Äh... Ich möchte, dass du was tust. Und was ist? Ähm... Arena-Leiterin Vera City. Seit ihre Schwester, Winona, ein Zombie geworden ist, wurde sie ein bisschen exzentrik. Exzentrisch. Okay. Sie wurde verrückt. Ja. Also, schau nach, was du machen kannst und guck, ob alles okay ist. Okay? Okay. Ja, sicher. Bis bald. Bye. Klick. Äh... Höhen-Universität of Film. So. Never ever closed. Da ist ein Ball. Ich will den Ball haben. Ich hab mich wieder gebackt. Oh! Ich fand Soma. Das soll Soma sein. A hold item that slightly boosts Wasser tap. Weil, warum ist das hier zwischengelandet und nicht ganz unten, wie alles andere auch? Willkommen to the University. Feel free to look around and consult a further education in the fascinating field of filmmaking. Ah, das ist Universität of Film machen. Nurse Joy? Nein, ich bin nicht Nurse Joy. Ähm. Wieso? Denk jeder, dass ich eine bin? Oh Mann, ey. Oh, sorry. Aber du siehst... Äh... Was? Du wolltest deine Pokémon gehalten werden? Hä? Hä? Äh... Ja. Okay, ich tue es hier. Was? Hä? Bist du nun glücklich, hä? Äh, ja. Äh, ich sag nichts mehr dazu. Oh nein, hier wollen auch die Leute kämpfen. Was ist denn? Ich und meine Freundin hier, ähm, wollen in die große Welt für ein Theater gehen. Und ist das überhaupt möglich? Wie ist das möglich? Du bist deluded. Weiß. Jetzt haben die auch noch vier Pokémon. Das ist... Wir sind hier in einer sicheren Zone, aber das heißt nicht, dass wir kämpfen müssen wie die Behinderten. Weg mit euch. Voll... Alter. So. Ja, du kannst auch nichts. Das ist Wahrheit. Was haben wir denn hier? Leck mich. You can't come down here. Where are... Fuck! Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Mir fällt gerade ein Bug ein, den TK und ich hatten. Ich hoffe, ich habe ihn nicht ausgelöst. Back here. Back here. Oh Gott, ey. Ich mache hier ein Save. Jetzt definitiv. Leute, ich beende den Part. Grund ist... Ähm... TK und ich haben letztens hier, äh, damals gespielt. Wir haben lange nicht gespeichert. Wir hatten Maske abends. Und, ähm... Problem war folgendes. Als wir in einer dieser Räume reingegangen sind, und daran erinnere ich mich gerade, kam ein Trainer auf uns zu. So, und das Problem dahinter war, ähm, er griff uns an, ähm, Kampf war gewonnen, und wir konnten von der Stelle nicht mehr weggehen. Wir konnten den Trainer ansprechen, der wollte erneut kämpfen. Wir konnten auch von der Stelle nicht mehr weggehen. Heißt, wir waren da an einer Stelle festgegangen und konnten nicht mehr weg, und der Trainer wollte einfach immer wieder kämpfen, und kämpfen, und kämpfen. Wir haben es gemacht, dass wir gestorben sind. Ähm, geht nicht. Die Pokémon wurden immer wieder geheilt. Ging einfach nicht. So, ähm, deswegen setze ich mich jetzt einfach mal hier neben der kleinen netten Frau, und sage erstmal Dank fürs Reinschalten, und Masala Vista, Baby.